Ja, servus meine Freunde und willkommen zu spannenden Neuigkeiten. Ich kann es gar nicht erwarten, es euch zu erzählen, denn es ist ja gerade in Kalifornien die BlizzCon und für Overwatch wurde eine neue Heldin geließt und zwar Moira. Sie ist ein Support-Held, super interessante Fähigkeiten, sie kann quasi Damage machen und Healen. Zur gleichen Zeit unglaublich tolle Fähigkeiten. Ich lasse euch gerade mal im Hintergrund so den Stream laufen, was schon so angeteasert wurde. Und neben der neuen Heldin gab es auch eine neue Map und zwar die Blizzard World. Besonderlich viel zum Aufbau wissen wir noch nicht, es ist einfach nur eine Mischung aus allen Spielen von Blizzard. Sieht relativ hübsch aus, ist aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das nicht so wirklich in die Thematik von Overwatch reinpasst. Und als drittes gibt es dann auch noch einen neuen Cinematic-Trailer mit der Hauptrolle Reinhardt. Dabei ist die Story wieder relativ tragisch. Man geht wieder ein paar Jahre zurück, wo Reinhardt noch jung war und bei der ARMY in Deutschland. Alles schön inszeniert, wieder unglaublich schönes Cinematic geworden. Ja, insgesamt war es das auch schon wieder. Ich werde euch die Links, sobald die ganzen Sachen online sind, auch in die Beschreibung packen. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das kleine Infovideo gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo da, dann werdet ihr nichts mehr verpassen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Haut rein! Bis dahin, viel Spaß beim Zocken.